Ich bin der Flamor Schale von der Firma Fokus. Strategie während des Einstiegs, 12. Oktober 2021. Wir sind mit der Ausgabe Nummer 6. Jetzt haben wir hier eine Person, die eine Strecke zurücklegt. Wir wissen noch nicht, wie lange die Strecke ist, aber grundsätzlich braucht die Person 216 Einheiten Energie, um, oder braucht Energie, und zwar 216 Einheiten, welche Energiequelle das auch immer ist, und verbraucht dabei 12 Liter pro 100 Kilometer, normalerweise, also 12 Einheiten pro 100 Kilometer. Jetzt ist es aber so, dass 3 Viertel der Strecke so zurückgelegt wird, dass noch eine zusätzliche Energie verbraucht wird. 3 Viertel der Strecke, also 1 Viertel der Strecke hier hinten. Hier hinten werden 12 Einheiten pro 100 Kilometer verbraucht. Hier vorne brauchen wir ein Sechstel mehr. Das heisst also 12 Einheiten pro 100 Kilometer. plus 1 Sechstel von 12 Einheiten pro 100 Kilometer. Das rechnet sich folgendermassen. 12 Einheiten pro 100 Kilometer. Und dann ist es bereits gleich Nennung, also haben wir ab und dran 12 plus 2 Einheiten pro 100 Kilometer. Nicht 1 Sechstel, sondern 100 und es gibt 14 Einheiten pro 100 Kilometer. Also haben wir auf 3 Viertel der Strecke einen Verbrauch von 14 Einheiten pro 100 Kilometer. Jetzt müssen wir herausfinden, müssen wir zuerst herausfinden, wie lange ist denn eigentlich die Gesamtstrecke, damit wir dann das unterteilen können. Also wenn wir 216 Einheiten für die Gesamtstrecke normalerweise brauchen. Wenn wir normalerweise einen Verbrauch von üblicherweise von 12 Einheiten pro 100 Kilometer. Da haben wir Parität. Ich könnte sagen, wir haben 12 Einheiten verbraucht. Oder wir haben 100 Kilometer zurückgelegt. Das ist das Gleiche. Vorausgesetzt, wir fahren mit dem Energieverbrauch. Das haben wir jetzt ein paar Mal bei der Geschwindigkeit gesehen. Und jetzt rechnen wir mal 100 Kilometer auf beiden Seiten. Da haben wir 12 Einheiten gleich 100 Kilometer. Jetzt können wir beide Seiten durch 12 teilen. Dann haben wir Einheit gleich 100 Kilometer über 12. Dann können wir 216 Mal anstatt E rechnen wir mal 100. Dann gibt es einfach 12 Kilometer. Und wir sehen, das ist 100 durch 12. Das ist ein wenig weniger als 10. Warum? Weil 100 durch 10, das ist 10. Wenn wir jetzt eine grössere Zahl teilen, dann ist es ein wenig kleinere Zahl. Heisst dann, es wäre ein wenig weniger als 2160 gewesen. Wir rechnen 216 mal 100 gibt auch 12. Das gibt 1800 Kilometer. Eine Strecke von 1800 Kilometern. 3 Viertel von 1800 Kilometern. Das ist 1800 gedeiht durch 4. Dann nehmen wir die Viertel Einheit. Rechnen das mal 3. Dann nehmen wir da 1350. Und hier hinten noch 450. Und hier vorne auch 1350. Das ist die jeweilige Distanz. Und hier haben wir die Angaben kumulativ. Also aufbauend. Wir legen hier 450 auf die 1350, damit wir auf 1800 kommen. Das ist kumulativ. Oben drauf legen. So zu sagen. So und jetzt. Wenn wir den Gesamtverbrauch. Das mal bei der Strecke herausfinden. Wir fahren jetzt. 1350 Kilometer. Plus 450 Kilometer. Bei den 1350 Kilometern haben wir einen Energieverbrauch von 14 Einheiten pro 100 Kilometer. 14 Einheiten pro 100 Kilometer. Das ist Parität gleich 1. Entweder wir haben 14 Einheiten verbraucht. Oder wir müssen 100 Kilometer fahren. Und jetzt rechnen wir mal 100 auf beiden Seiten. Und dann rechnen wir mal 100 Kilometer. Und jetzt rechnen wir mal 100 Kilometer. Dann gibt es 14 Einheiten pro 100. Jetzt können wir das ersetzen mit 1350. Anstatt Kilometer schreiben wir hin. 14 Einheiten gibt auch 100. Plus. Und jetzt haben wir hier 450. Und dann. Da wird es gleich sein. Dann haben wir einfach 12 Einheiten. Von 100 Kilometern. Auch da kann man kurz durchrechnen. Dann haben wir 12 Einheiten. Pro 100 Kilometer. Das ist unser Verbrauch. Das kennen wir schon von der Geschwindigkeit her. Dann haben wir aber Kilometer oben und unten dran. Stunden Zeitangabe. Mal 100 Kilometer auf beiden Seiten. Also nicht eine Zeitangabe. Das ist eine Angabe von der Dauer. Es ist keine Zeitangabe unten dran. Es ist eine Dauer. Und Dauer ist der Unterschied zwischen zwei Zeitangaben. Und dann. Es gibt auch 100 auf beiden Seiten. Dann ist Kilometer. Gleich zwei Feinheiten über 100. So sieht das dann aus. Das heisst jetzt haben wir Kilometer übersetzt in Energie. Und jetzt müssen wir das eigentlich nur durchrechnen. Hier haben wir. 13,5 mal 14e. Und hier haben wir 4,5 mal 12e. Das geht 189. Einheiten plus. Und dann haben wir 4,5 mal 12. Das gibt 54 Einheiten. Und 189 plus 54. Das gibt 243 Einheiten. Verbraucht das mal. Auf unserer Strecke. Von 1800 Kilometern. Warum? Weil wir eben das mal. Drei Viertel von der Strecke. Zusätzliche Energieverbraucher. In unserem. In unserem. Fahrzeug. Angewandet haben. Oder verwendet haben. Und nur ein Viertel von der Strecke sind wir. Mit dem. Mindersten. Äh. Energieverbrauch. Gefahren. Von 12 Einheiten. Von 100 Kilometer. Während. Drei Viertel. Von den Kilometer. Von der. Gesamtstrecke. Ist unser Energieverbrauch. Um ein Sechstel. Höher gesehen. Normalerweise. Und darum sind wir auf 243 Einheiten. Gut. Viertel. Viertel. Viertel.